Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitstag der drei Berner Hochschulen. Dieser hochschulübergreifende interdisziplinäre Geist ist nämlich etwas, was wir im Kantenbern außerordentlich schätzen. Vielen Dank, dass ich mich diese Keynote geben kann. Historikerinnen und System-Scientisten sprechen über Paradigmschifte, um Platz zu geben, um etwas Neues zu erinnern. Eine Plattform, in der sich alle von den drei Hochschulen treffen können, austauschen können, über Angebote informiert werden und wirklich aus Gemeinsamen diese Visionen gestalten und weiterbringen können. Was interessiert mich schon sehr lange? Mich interessiert das Thema schon sehr lange. Jetzt habe ich einfach gefunden, ich möchte mal schauen, was es an anderen Orten noch geht. Ein bisschen vernetzen mit anderen Schulen, mit Leuten, die andere Erfahrungen gemacht haben, damit man es auch ein bisschen lernen kann. Ich soll mich für das Thema interessieren, das Thema Nachhaltigkeit als Gefühl an jeder Einzelne, auch eine gewisse Verantwortung, um etwas dazu beizulegen, dass man dem Planeten noch ein Zeitpunkt leben kann. Was hat die Hochschule mit Nachhaltigkeit zu tun und wie können wir das auch tatsächlich hinbekommen? Ich wünsche mir ganz einfach, dass die Forschung und die Wissenschaft sich viel stärker mit anderen Akteuren auseinandersetzen und sie als Teil von Wissensproduktion verstehen. Zu überlegen, wie können wir eigentlich die inklusive Uni- und Hochschule, die wir sein wollen und arbeiten. Ich habe vorhin gesehen, es ist mega cool, auch noch andere Aspekte von Nachhaltigkeit gesehen. Und es hat mega spannende interaktive Sessions. Tschüss. 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 Tschüss.